So, willkommen zurück, meine lieben Freunde in der Sonne. Zuerst dann Squid Odyssey. Letztes Mal haben wir gegen Haie gekämpft. Solltet ihr also nochmal einschalten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal in die Quests rein. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ja, der Hauptquest. Schicke Gäste. Okay. Ähm, Finde und Töte die Neuankömmlinge. Genau, Markus hat uns gesagt, dass ein Schiff hierher gekommen ist. Mit ziemlich gut gekleideten Menschen. Und ja, jetzt hätte ich einfach mal gesagt, schauen wir doch mal und statten doch den Leuten mal einen Besucher ab. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wo ist denn das? Auf dem anderen Ende. Okay. Kein Problem, dafür haben wir eine schnelle Reise. Genau, der Zyklop mit seinen Leuten hat angelegt mit seinem Schiff auf Kephalenia. Und schauen wir mal uns, was uns erwartet. Wir haben gesagt, okay, wir fallen gegen den Zyklop. Ähm, ja, das wird jetzt mal unsere primäre Aufgabe sein. Gehe ich mal schwer davon aus und bin mal gespannt, ob er wirklich ein Auge hat, wie der tatsächliche Zyklop aus der griechischen Mythologie. Genau. Gut, dann laufen wir einfach mal in Richtung Quest-Symbol. Und geht es jetzt hier ziemlich steil runter, merke ich gerade. Aber hier kommen wir auch gut runter. Genau. Sehr gut. Wir entdecken gleich mal noch einen neuen Ort. Die Klektos-Bucht. Oh, ja. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Aha. Okay, okay, okay. Also gut, holen wir uns mal Ikoros. Und scannen mal die Umgebung nach den ganzen Wachen. Hopp. Und Hüggel in Eingang. Und dann nehmen wir schon noch einen Schatz. Noch überwachen. Buch. Ich fühle mich entdecken. Ein Wolf. Oh, okay. Und unten auch anscheinend jemand. Hierher. Das war ehrlich gesagt nicht so mein Plan. Bin ich hier mal zu early. So. Also. Was sind unsere Missionsziele? Zwar mal Baninenanfänger. Einmal Gefangener. Drei Schätze. Okay. Also dann machen wir direkt auch mal hier den Gefangenen. Ich finde, dass sich gerade kein anderer befindet. Ja, das machen wir mal schnell. Das habe ich mit Ikoros. Das habe ich mit Ikoros keiner mehr gesehen. Doch nun ist das ein Hort der Anarchie und Gewalt. Will ich erlooten, ja alles was geht. Sehr gut. Sehr gut. Einmal Gefangener, befreit. Einmal Gefangener, befreit. Da war ein Schatz. Da war ein Schatz. Von da oben. Da war ein Schatz. Das war ein Schatz. Das war ein Schatz. Das war's. 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 Also ich stehe mir hinter den Holzbrettern. Und versuche ich geschwind. Ohne dass mich jemand sieht. Mich hat keiner gesehen. Mich hat keiner gesehen. Iiiihihi. Das ist ein etwas größerer Kerlchen, hm? Da hinten kommt einer. Gehen wir mal schon wieder auf eine etwas höhere Position. Okay, das war's mit hoch. So, der eine sucht jetzt nach uns. Ja, was ich mal sage. Die Moves sind grandios, ey. Wirklich mega cool. So, dann gehen wir zuerst mal hier zu diesem Tierschatztruhe. Irgendwie wahrscheinlich muss ich da durch den Eingang durch. Ich das sehe, weil... Ihr dürfte... Ah, doch, 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 doch. Ja. Habe mich getäuscht. Sehr gut. Schatz Nummer 1. So. So, dann haben wir im Prinzip den Teil mal. So. Schatz. So, dann in meine Richtung. Schaut er da oben, der Wachpust in meine Richtung. Ja, dann geh ich einfach hier drüber. Oh, oh, da wollte ich nicht runter. Ach, ich liebe es, wenn sie so ahnungslos sind. Hallo. Oh, komm mal. So. Äh, ne. Gut, eigentlich nur runter. Du siehst, den hat, aber ich säte dich dafür. Und den haben wir auch. Da haben wir noch ein Schätzchen. So, und dann ist er unten anscheinend auch noch. Denn da, keine Ahnung, ich seh die Truhe ja schon. Okay, das ist ja, wenn die zwei hier auf die Patrouille gehen, kann ich doch den da hier mit sich hier ums Necken. Das sollte ich mir mal ansehen. Hier wurde einer getriggert. Wunderbar. Und Nummer zwei. Sehr gut. Wunderbar. Alles klar. Ist jetzt ein Höhleneingang, ne? Ich will mal ganz kurz zum Schatz. Und da ist jemand gefangen noch. Sehr gut. Hau meinen Tag auf Kepferlenia und so heißt man mich willkommen. Okay. Es sind nicht alle so schlimm. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder Davos eskopf wirst. Meine Drachen gehören dir. Wissen, was tust du? Ja. Der Eskortiere Orneas in Sicherheit. Fast. Oh, der ist schnell, der Kollege. Aha, überholt. Ja, das ist schön, dass ich halt den Weg her schon alles geklärt habe. Bist du Bruder? Perfekt. So wie. Äh, einfach mal eine Quest im Vorbeigehen mitgenommen. Okay, ist auch. Können wir eigentlich sagen, nix mehr. So. Was soll man dazu noch sagen, ne? Vielleicht noch eine Truhe, da oben ist noch ein Fragezeichen. Chill ein paar Geistböckler. Wir haben auch ein bisschen Blut. Blut, Blut. Neuer historischer Ort entdeckt. Was grabt der Verehrer? Okay. Uäh. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Das habe ich ja jetzt erst gesehen, dass da eine Falle ist. Oh mein Gott. Okay. Naja, das ist, das habe ich jetzt einmal, natürlich mit meinen, äh, gelseherischen Augen habe ich das natürlich kommen sehen, ne? Aber, äh, äh, ja. Gut. Da sollte man auch noch ganz kurz dieses Fragezeichen gerade um die Bergkipfel. Mal ausgucken. Oh, okay. Das sind Feinde. Was? Das war's. Ja, gut. Ähm, wenn wir mal ganz kurz gucken. Wegen, wegen der Arte und der Queist. Es ist... Nicht hier. Neuen, können wir benutzen wahrscheinlich. Ja. Hm, okay. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja. Haben die mich gesehen? Haben die mich gesehen? Richtig. Okay. So, jetzt haben wir mal so'n schönen Gift-Move hier. Wenn wir extra freigeschaltet haben. So, jetzt haben wir hier noch. Genau. Ja. Ich parier's. Zack. Zack. Jawoll. Auf die Ümmel. Und nochmal. Ja, ist schon ein Gift gestorben. Oh, ich seh' dein Höschen, Kollege. Äh, ja. Ist so, das haben wir. Aber jetzt gibt's doch hier noch'n Schatz. Der Schatz hat mir hier oben. Fall drin. Genau. Immer einfach die Außenfassade woch. Bester und einfachste Weg. Sehr gut. da können wir mal ein bisschen hier runter slow and steady heißt sein normalerweise ja also jetzt gehen wir mal zu dem kahn das sind wahrscheinlich die neuankümmlinge oder im osten der küste der koliadai angelegt im osten ist rechts im osten das stand hier ok die neuankümmlinge binden wir uns vermutlich das verlassenhaus das verlassenhaus habe ich hier schon freigeschaltet er macht also nix dann laufen wir da einfach mal locker fluckig hin wir haben jetzt unser unser schnelles ross jawohl das war jetzt die kugel da komm ich da hoch ja perfekt jetzt dann holen wir es mal oh was springst du du springst schon ins wasser ok wie schlecht und schwimmen hätte ich jetzt nicht erwartet so einmal auto laufen aktivieren ich meine was man hat hat dann habe ich nicht mehr erwischt das ist der große zeus in der weiten ferne zu sehen dann habe ich steinbockhorn das ist eine nähe erst zählt moment das entspricht und das verlassene haus ok den haben wir ja schon ok also das sind alles die neuankümmlinge sehr gut dann gehen wir mal in den schleichi schleichi modus finde und tödelt die neuankümmlinge jawohl jetzt direkt zur sache sehr gut fühlst du mich nicht da hoffe ich wieso yo body okay schütze ab oh ich will zuerst zu dem ich mag nämlich bringst du es noch drüber ja hab ich gesehen ich kann nicht probieren ich auch oh ok schön in den kopf rein ups normalerweise überlasse ich die drecksarbeit anderen du weißt nicht zufällig wie man diesen fleck wieder rauskriegt das gehört einfach dazu dann bist du genau die söldnerin nach der ich suche ein sauberes gemetzel sehr gute arbeit du hast nicht viel mitgefühl für die männer die mit ihr arbeiten nicht mit mir für mich beschäftigte nun ehemalige schätze ich also arbeitest du nicht für den zykloppen leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an nicht das monster der mensch du bist ein fremder warum bist du hier in der tat ich stamme nicht von kephalenia ich bin hier weil das wonach ich suche hier ist aha wenn du mir folgen würdest kassandra woher weiß der meinen namen äh fragezeichen wer bist du woher kennst du meinen namen ich bin elpeno aus kira und was deinen namen angeht ich war neugierig wie du ich habe gefragt und man hat mir geantwortet wer hat dich geschickt ein neugieriges wesen gut das wird helfen du weißt mehr als du mir sagst dich zu kennen ist in meinem interesse und mich zu kennen in deinem sehr geheimnisvoller typ ist es wurde gestohlen und nach itaga gebracht penelopes totentuch du musst es mir zurückholen was ist das totentuch von penelope der frau von odysseus das ist ein witz doch darum geht es unmöglich wenn es das wirklich gäbe wäre es unbezahlbar und deshalb will ich es zurück aha und wo ist es keine kleine insel ich brauche mehr informationen ich würde im haus des odysseus anfangen nun was davon übrig ist eine inspirierende geschichte eine alte lüge wieder vereinfacht ah da waren wir schon also schön ich mache es erwarte nicht dass es einfach wird erwarte nicht dass es billig wird dann sind wir uns einig es liegt ein ruderboot im hagen benutze es es ist nicht für das offene meer gebaut also pass auf wenn du das tuch hast komm zu mir in den tempel des zeus nun gut oh und sögnerin versag nicht man muss sagen er hat schon schicke brustbehaarung unter seiner toga jo ich werde es abgeschlossen schicke gestern okay der zyklop also nicht dabei okay okay stufenaufstieg jawohl jo dann machen wir das doch am besten gleich einmal kurz inventar geben wir anscheinend was neues einen neuen stab okay ja komm wir probieren mal stab einfach aus ich würde wissen was mit starb künft sehr gut dann auch noch einen neuen bogen wir schauen nach oben wir nehmen eben mal einen schlangenbogen gut dann haben wir noch neue arm einen neuen armschutz besser ist antatsschaden bei denen da am schienen bei denen da am schienen welche sehen cool aus die da gut ein brustschutz gut er hat aber jägerschaden geht ex äh attentaterschaden und mannig geht extrem runter ja dann nutzen wir weiter noch den alten weil ich skille ja eben auf attentäter so dann noch mehr rüstung okay ne da brauche ich nicht gut dann ein neuen fähigkeiten punkt die uni da sperrt sich nicht schlecht an wird die wirkte auch von giften wieder erhöht ja das ist halt auch stark machen wir mal erst mal erst mal gift einfach das was wir haben bauen wir weiter aus mit dem was wir auf jeden fall auch aktiv nutzen gut unsere neue quest penelopis totentuch jawohl machen wir doch gerade mal also die diebe sind noch in der nähe von kephalenia sie sind im süden der insel ithaka sie haben odysseus palast besetzt okay dann nehmen wir doch einfach mal kurz dieses blödchen hier wir leihen uns aus schwimmen wir mal rüber oh ich meine wir kennen uns ja hier schon ein bisschen aus ich sage jetzt mal wir haben mehr odessa getroffen das war es jetzt oder? jetzt dürfte ja normalerweise keine mehr da sein ja jo wie lang witziges aussieht mit dem stab ab so noch ganz kurz bevor ich zu dem fighter kann ich mir das move set von dem ui ok das sind die leichten angriffe aber ein bisschen die schweren ok das ist ein richtiger boom move auf dem kopf ja jetzt machen wir das doch einfach mal ganz ganz sneaky like ja dann hier hoch und springe auf ihn drauf der hatte das ah ok ja gut ich habe ihn ja schon gelootet genau ok das war ja dann gehen wir wieder zurück zum blödchen jo mal an übernehmen ja mal drehen rückwärts fahren rückwärts fahren gut ah was ist denn das seht ihr das? die möwen stehen auf dem wasser oder chillen ich sehe es nicht so recht haha witzig so teilreich wahnsinn holen wir wieder zurück auf Käferlinie ich frage mich ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden wem mache ich was vor Sami wird sich nie ändern das ist noch zufällig eine neue Quest für so gehen wir zu Elpner zurück der nicht hier oben ist sondern stockwerk tiefer ok Kassandra mit guten Neuigkeiten es ist unversehrt gut gemacht jetzt gehört das Tuch dir grös willst es nicht? nach all dem ich habe heute etwas wertvolleres bekommen für deinen Aufwand Seltnerin wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen das war ein Test vielleicht vielleicht du hast mich nicht enttäuscht sag was hältst du davon einen Feldherren in Negaris zu töten wenn du das tust verdienst du doppelt so viel wie heute bist du der Aufgabe gewachsen? sie würde dich weit weg von Käferlinie führen so weit weg dass du vielleicht nie zurück kommst ja eigentlich bin ich an das Zeltnerin gell? es gibt immer ein erstes Mal also was sagst du? wer ist dieser ich muss einfach ein paar Informationen wissen und er hat dich irgendwie verhindert? ja er kostet mich Drachmen er ist nicht gut fürs Geschäft so sollte ich etwas über Megaris wissen? nur dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist in militärischer Hinsicht versteht sich zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn die sich einfach nicht benehmen können beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil ja und warum ich eigentlich? weil niemand weiß wer du bist du bist unsichtbar na gut du wirst ein Boot brauchen du hast doch eins oder? ich habe kein Boot wenn ich ein Boot hätte würden wir dieses Gespräch nicht führen eine Schande es ist zu weit zum Schwimmen selbst für dich ich finde eins gut und wieso das? das Meer wird immer gefährlicher fürchte ich ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite welchen Krieg? wegen dem? die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? wir fallen ja und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? weil ich es bin, der dich bezahlt ja, wahre Worte, ne? gut, gehen wir mal wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Focus Totentuch von Penelope Totentuch von Penelope das ist ein, äh, Helm ok so, nehmen wir mal direkt mal die Quest an so, und schauen uns mal ganz kurz das Totentuch an ich suche den Chefsbauer auf ja, machen wir gleich jetzt schauen wir nochmal ganz kurz den neuen Helm an und jetzt machen wir mal den Helm sichtbar wie sieht das aus? ok ja, äh, Problem ist nur es passt nicht wirklich zum Recht vom Outfit weg jetzt einfach mal deswegen machen wir nochmal den ja, den Helm sichtbar so noch haben wir eine neue Waffe einen Kriegssperr ok ja, probieren wir auch mal aus ich will aber dann zunächst mal den Stab ausprobieren genau so, also der Große Porisch, also unsere nächste Mission und was ist eigentlich das da hier? ok ja, dann würde ich mal sagen, äh, schauen wir uns in der nächsten Folge mal den Schiffsbauer an und gucken was er uns zu sagen hat ich bedanke mich wieder vielmal fürs Zusehen haut rein und bis zur nächsten Folge ciao, ciao